Hey und Willkommen, ich bin Herr Bergmann und ich begrüße euch zu einer runde Minecraft-Party mit Debitur, Paluten und Sturmwaffeln. Hallo. Hallo, ich kann nicht springen. Hallo. Ich bin direkt tot. Du darfst doch nicht springen. Achso. Oh, ich hab's verstanden. Ich bin auch dauernd. Ich hab's nicht verstanden, was man da machen muss, jetzt hab ich's gesehen. Ja. Nee, das läuft nicht so gut hier. Ja unten links steht immer ne, oh Sturmwaffe. Immer ne schöne Beschreibung, was man dann letztlich machen muss. Ja, war ein bisschen kurzfristig jetzt. So. Neh mal rein, nehm mal auf. Mach an, sag ich, go. Wie das 80. Na, beim nächsten Mal spielen wir uns wieder raus. Auf jeden Fall, Switch das jetzt durch. Also was hast du denn mitbekommen, ne? Ich glaub, da spielst du ja grad zum ersten Mal, ne? Ja genau, ich spiel zum ersten Mal. Wir sind hier auf so einer Art Mario-Party-Server für die Leute, die es gerade bei mir sehen. Nichts hat Nintendo dat claimed hier, ne? Sicher, wahrscheinlich. Nein, Quatsch. Die setzen da bei dir Werbung und kriegen deine Werbeeinnahmen und dann passt das. Ah okay, dann geht's. Genau. Das ist üblich eben. Wie viel da seid ihr geworden? 27. 28. Hey, was denn da los? Dritter. Okay nächstes Spiel. Aber was war das denn jetzt? Boah. Hier musst du die Tiere töten. Ach ja, okay. Das boykottier ich. Hier ist die da gestorben. Stimmt. Die da das Huhn, ey. Ach so, so Mini-Mini-Spiele, geil. Ich guck lieber weg. 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 Das sind die BSI-Hühner, die darfst du nicht töten. Ach, da kommen sie alle drauf hier. Also ich find das, ich bin einfach schlecht in sowas, glaub ich. Ich bin einfach schlecht hier. Oh ne, ich hab Minus gemacht, nein. Guck mal hier, BSI-Hühner, die dürfen eigentlich. Muss dein Kühe öfter hauen? Du hast ja einen Punkt. Bitte? Muss dein Kühe öfter hauen? Hier, zweimal. Ach du Scheiße, hab ich die nur weggescheucht. Direkt an meine Hände. Und ich dachte so, boah geil, drei Kühe. Ah ne, Minus. Jackpot. Lass mal die BSI-Hühner töten, ey. Das geht nicht. Das geht einfach nicht, Leute. Bergs, wenn du... Jetzt komm doch her, du blöde Kuh. Das gibt's doch nicht. Fünfter. Einundzwanzigster. Wuhu. Achtzehnter. Also ich bin mehr für vegan. Ja. Schöner vegan. So, hier haben wir jetzt einfach Schneeballschlacht. Ja, da werd ich euch jetzt fantastisch betrunken. Ja. Okay. Deathmatch. Man muss allerdings erstmal mit der Staufel die Bälle holen. Ach du Scheiße. Oh, ich bin direkt tot. Ey, das kann nicht angehen. Ich bin wirklich so das Todeschlecht. Ach du leid, ey. Mach alte Taktik. Jetzt kommt doch. Bergman Rises. Das kommt erstmal gegen Ende, ja. Das kommt erstmal gegen Ende, ja. Oh. Ich bin total glücklich. Na komm. Bist du schon tot? Nee, nee. Ich bin einfach in der Ecke und warte bis alle tot sind. Ja. Ja. Pussy Mode. Kennen da doch. Uh. Oh, da ist der nächste. Wo ist Debitor? Na, wo bist du? Da ist sogar ein Mod auf dem Server. Ich farm gerade Schneebälle. Willst du ein kleines Iglu bauen? Aus Schneebellen, genau. Fuck, die Schaufel ist kaputt. Nein, Quatsch. So, jetzt habe ich genug Schneebälle, jetzt kann ich raus. Jetzt kann ich raus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, fuck. Da kommt der Show, da. Oh, ich brauche erstmal Schneebälle. Ah, cool. Er baut über mir ab. Also ich habe noch genug. Nein, oh. Oh. Da oben ist ja noch einer. Paluten. Ich hoffe, wir sind Freunde. Im Krieg und in der Liebe gibt es keine Freunde. Das tut mir leid. Hinter dir, hinter dir. Der Mod, der Mod. Balloon. Was, den snack ich jetzt? Oh. Sehr gut. Wo war der denn? Unten. Der hat aber... Der ist auch ein Mod. Dritter. Jawoll. Ja, 20. Gar keiner. Hier musst du über das Minenfeld rennen, das ist auch ein bisschen eigenartig. Kann man über das Minenfeld rüberspringen oder wie läuft das dann? Einfach straight up, so wie man es bei einer Mine machen würde. Fuß drauf, los geht's. Okay. Ah, direkt tot, alles klar. Hä? Okay. Also schon drüberspringen, ne? Also nicht wie bei einer Mine. Ja. Nach. Hm. Ja, schade. Oh Paluten, du rennst direkt in mir drin, ey. Das ist ein bisschen doof gerade. Oh, da ist das Ding. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Smurfwaffe. Ja. Smurfwaffe hat gewonnen, krass. Klar. 22. Hier musst du jetzt geradeaus rennen und du hast unten immer die Blöcke. Wenn's grün ist, rennst du. Bei Gelb hörst du auf zu rennen. Okay. Und in Rot bleibst du stehen. Also bei Gelb sollte man eigentlich schon aufhören. Volle Konzentration. Okay, ich bin bei hinten. Scheiße, Mann. Oh Gott, ey. Aber ist eigentlich cool das Spiel. Habt ihr Sprinten? Oh, nein. Oh, ich bin wieder hinten. Scheiße. Hi Beckmann. Hi. Habt ihr Sprinten eigentlich auf einer Sprint-Taste? Och, nee. Boah, das war aber sehr schnell. Ne, doch sehr schnell. Sind glaube ich fast alle zurückgeportet worden, oder? Das war so schnell. Alter. Ich denke, das Gelb kannst du noch ein bisschen laufen. Ne, kannst du nämlich nicht. Das bist blöd. Boah, das war sehr lang jetzt gerade. Och, nee. Da war ich wieder in der Luft. Das ist ja richtig... Ja, und die ganzen VIPs davor. Jawoll! Ach, Korn, das gibt's ja nicht. Der gute... Ich hab mich so konzentriert. Der gute 14, ne? Und der 31? Hä? Wann war das denn? Und das ist einfach nur das Blief, ne? Ne, der Boden kann eben abgebaut werden und du musst tunlichst eben vermeiden, vom Schnee runter zu gehen. Okay. Vermeiden ist tunlichst. Ich werde es tunlichst vermeiden. Huhuhuhu. Huhuhu. Geh doch bitte weg von mir. Danke schön. So. Aber die haben alle ne Schaufel Eiche auch. Da in dem Spot. Sehr gut. Mit den Schneebellen, wenn du die würfst, kannst du halt auch die Blöcke unter den Leuten kaputt machen. Oh! Oh Gott. Fies, Alter. Eigentlich kann man die ganze Zeit auch nur rumspringen. Weil nach einer Minute 30 hat man sowieso geworben. Wenn man überlebt. Oh, das ist ja die Sturmwaffe. Da ist die Sturmwaffe. Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wie kannst du denn nicht runterfallen? Ja. Ich muss sagen, ich finde die Arena sieht cool aus mit diesen Figuren. Mit den Figuren, ne? Auch von innen, ja. Achja, jetzt kann ich ja mal ein bisschen gucken, wenn ich sterbe. Ahja, okay. So eine Balloon nochmal rauskicken, ey. Oh nein! Das hat er mich gegeben. Aber das sieht aus wie die erste Arena. Karma. War Karma. Wie welche Arena? Die erste von gerade. Wo ich sofort gestorben bin. Mit den goldenen Blöcken. Achso. Das ist glaube ich auch die gleiche, oder? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, hier gab es auch mal irgendwo hinter einer Tribüne so ein Feld. Jetzt snacken wir weg jetzt. Jetzt snacken wir weg. Nein, komm. Wo bist du eigentlich? Ja! Wie gut, ey. Oh, oh, oh. Oh, da kommt der Showdown. Oh Gott, ich habe wieder Sprintback. Sprintback, Sprintback. Jeder hat es gesehen. Schaut meine Videos. Jeder hat es gesehen. Bist du hinter mir? Ich habe Angst mich umzudrehen. Ah, komm. Ich hatte einen Hüpfback und da war schwarzer Boden. Der gute alte Hüpfback. Voll cool. Jetzt geht doch mal mit deinen Schneebellen da weg. Ah, kuss du her. 20 Sekunden. Warte mal. Es ist schön, dass wir einfach zusammen überleben. Weißt du? Versuchst du hier so eine... Guck mal, ey. Okay, ich reiche dir die Hand. Ja, reichst du mir die Hand? Ja, ja, ja. Oh, Alter, Sprintback. Oh, Alter, Sprintback. Bitte ganz ruhig. Da sind sie. Jetzt habe ich hier aber irgendwie so ein bisschen Sprint... Ja, okay. Wir haben beide gewonnen. Sehr gut. Shake hands. Aber da kriegt man nichts, oder? Zähne. Oh ja, jetzt baut sich der Boden so nach und nach ab. Also auf rote Blöcke nicht mehr. War das mit Farben das? Ja, genau. Genau. Da muss rote der Block... Und dann der andere Teil vom klugen Reim an der Stelle. Okay. Eigentlich kann man auch ganz oft einfach nur auf den weißen Flächen stehen bleiben und dann zum nächsten weißen Block springen. Oh, ich mach das lieber nicht, ey. Oh, da war gelb. Da war rot. Nein! Warum explodiert das hier? Das sind dann die roten Blöcke, ja? Ja, genau. Den rot und dann noch Peng. Peng. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ich geh mal ein bisschen weiter. Ich nehm jetzt einfach wieder die Taktik hier. Ah und einmal springen hier. Und... So, als Easy. Boah! Könnt ihr mal ein bisschen mehr sterben? Oder das wär super? Oh! Oh! Das wär geil. Ja. Das wär richtig... Nein! So. So. Oh nein! Jetzt konnte ich nicht mehr rennen. Schade. So, zwei da kommen. Einen noch. Überbrück den! Wie kann der denn noch... Ja, ich hab's gewonnen. Krass! Wuhu! Ich bin Fünfter. Ey, hier muss einfach... Das ist... Das ist gut. Das macht echt Spaß. Ihr dürft das alle nur spielen, ey. Ich bin so'n... So'n Noob-Noob-Status. Ich guck da wieder zu, ey. Nicht traurige Geschichte gerade. Oh, oh. Alter, das hab ich... Ah, das ist ja nice. Boah, nee, ey. Ich hab echt... Also echt... Alles gut. Alles gut. Oh! Hopp. 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 Ihr seid immer alle so schnell in dem... Modio. Ja, guck mal, ein paar Luden da vorne. Bitte? Ah, zwei da. Wenn man runterfällt, ist er wieder am Anfang? Genau. Ach du Scheiße. Nein, das hab ich noch nie geschafft, ey. Guck mal, jetzt kannst du's wieder gut machen, dieses Game. Ich glaub, Tatschwie kenn' ich. Aber warum ist denn hier ne Lücke im Boden? Kann man da runterfallen? Was ist ihr dann? Oh nein, ich bin tot! Ey, ich kann... Ich hab... Ich hab... Ich hab Bugs, ich hab Bugs. Ey, das kann nicht angehen. Ich hatte auch einen Lücken. Ja, dann... Ne, dann müsst ihr eins, zwei drücken. Boah, sind die Scheiße. Eins, zwei drücken? Ja, ja. Und euch dreimal im Kreis drehen und dann... Jumbalabumba. Und einmal die... Die zwei an die 90, 40, 40, ey. Nein, kennt ihr das nicht. Wenn ihr einfach so zum Beispiel in der SG so einen Bug habt. Dass ihr euch nicht mal richtig bewegen könnt, dann müsst ihr eben den Waffenslot wechseln. Und dann passt das. Was hast du denn von Bugs, ey? Wer ist von euch noch drin? Paluten oder nur Debitor? Ne, ich bin gar nicht mehr. Ich bin schon lange draußen. Achso. Ich glaub, wir haben alle nicht mehr. Ich war unter der Map. Ja, hier musst du dich einfach nach unten graben. Meinen. Genau, meinen. Sobald du Diamanten hast, kriegst du Punkte und die Samaragde gibts hier auch. Kriegst du noch mehr für. Okay, go. Runter, 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 runter. Ja. Hä? Hier. Oh, nein. Nein, du klaust mir meinen, du. Ne, ich sag da nix zu, ey. Es war fair und ehrlich. Fair und ehrlich. Guck mal, geil. Diebische Elster. Ich hab nichts verloren. Alles gut. Der buddelt er mich einfach runter, der Typ, ey. Buddelt er mich einfach weiter nach unten. Muss man die auch einsammeln? Ja. Ja. Ja, klar. Ja, hätte sein können, dass die dann... Oh. Welcher Welt lebst du denn? Das ist Traum und Fantasie. Ah, cool. Hier zum Competition. Oh, komm schon. Ich fühl mich hier voll der Babo und bin mir schon voll schlecht. Der Bergsmann snackt hier ganz gut. Ey, ich find auch gar nix mehr gerade. Ne, ich auch nicht. Puh. Dreizehnter. Oh, wie viel da bin ich? Neunzehnter. Eieiei. Oh, schon wieder die Hühner töten, ey. Oh, Mensch. Ach, das kann ich jetzt. Immer motiviert. Ich merk schon, ich bin nicht so der Gewinner-Typ irgendwie. Ja, aber darum geht's ja auch nicht. Dabei sind es alles, hast du doch vorhin selber gesagt. Er hat mich mal eine große Idee vorgeleert. Die guten Wörter. Ja. Aber diese Minus-50-Prozent-Hühner, die sehen so aus wie die Admin-Sale von beiden mit ihren pinken Namen. Da willst du immer doppelt und dreifach draufschlagen, ne? Ja. Mach ich aber die ganze Zeit. Guck mal, das ist das arme Huhn hier. Minus-50-Prozent. Ach, Mensch. So, dann haben wir noch einen Huhn, noch einen Huhn. Nein! Wer wirft eigentlich immer die Eier an? Big Mac. Die kommen aus der Luft und da spawnen halt die Hühner. Ah, okay. Ich dachte, die haben ja Leute angestellt, die werden immer jede Runde machen. Ja, hier. Na klar. Praktikanten, die machen so einen Nebenjob, weißt du? Die machen halt gerne. Boah, so eine Kuh zwischen minus 50 Prozent, ey. Das ist ja krass. So, komm. Und das minus 50 Prozent Hühnchen noch. Und das minus 50 Prozent. Oh. Einer Berg, Mann. Krass. Krass. Da war bestimmt auch ein Dealer dabei. Der alte ist schlechter. Ich hoffe, da war ein Dealer dabei. Oh. Habt ihr das gehört, Leute? Krass. Der arme Dealer. Kümmern wir das mal wieder an. Den beobachte ich hier. Dum 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 dum. Wieso beobachtet? Bist du schon wieder tot oder was? Ne, ich bin nur so ein Noob-Status. Ich kann die Teile nicht spielen. Hä? Ach echt? Ach du bist, ah okay, du bist schon draußen oder was? Ja, ja klar. Die kann ich von Anfang an nicht mitspielen. Nein! Ach so, was kannst du denn da machen? Ne, also du hast ja eine ganze Zeit und dann kannst du zwei, drei Spiele nicht mitspielen. Also dieses Hüpf-Teil nicht und dieses Schneeball-Teil. Ah okay. Also dann kann man irgendwie drei, vier Spiele nicht mitspielen. Das ist aber nicht so tragisch, weil ich guck mir das von oben an, Vogelperspektive. Ich hab mich auch grad töten lassen aus Solidarität, also von daher. Ja, genau. Damit du ein bisschen mit mir rumfliegen kannst. Ohne? War der richtig. Ja, ich hab auch. Deinem alten VIP-Stand. Guck mal, hier ist ein Bikini. Oh, ja, hallo, oh, oh. Oh ja, schweck mal auch. Pixel, ja, Pixel. Lauf nicht weg, nein. Gangbang. Hier. Hier. Da kommt er auch rangeflogen. Da lass mich doch nicht hören. Da lässt sich der Debitor nicht hingehen. Guck mal hier. Eine heiße Schnitte, ey. Das bestimmt auch wirklich im Leben so eine schöne pinkhaarige... Guck mal her. Ja genau, pinkhaarig. Ah, wen hast du denn da? Hm? Ach, das ist ein Moderator in die VIP. Hallo. Die Maxi von High Five. Ja, genau. Ah, ja, genau. Grüße. Ich will immer wegrennen. Ja, irgendwie. Wie? Wie fragst du mir der Aldis Stalker? Warte, wir kreisen sie ein. Ich muss kurz gestehen, dass ich ihren zweiten Teil des Namens auch gerade als Facial irgendwie kurz so genießen. Wir wollen nicht wissen, was du googelst. Recherche. Alles Recherche. Ah, sehr gut. Und das hat mir besonders viel Spaß gemacht, das Spiel hier. Wir hatten noch gar keinen Horserace oder so, ne? Ja, das enttäuscht mich. Stimmt. Und Debitor. Es gibt nämlich auch hier Rainbow Roads. Achso, cool. Mario Kart. Das ist auch total cool. Ich verstehe nicht, warum ich manchmal sterbe. Ich schwung doch. Oh, Paluten, komm. Weißt du, wer Paluten nicht in mich reingerannt? Weißt denn? Jo, jetzt bin ich wieder schwul. Oh, da ist das Ding, da ist das Ding, da ist das Ding. Komm, 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 vor Paluten. Ja, Mann, nein. Das kann man nicht sagen. Du bist so ein Hupen. Das ist mein Spiel. Das ist mein Spielmodus. Das ist auch cool. Unten in deinem Inventar kriegst du Farben angezeigt und auf die musst du dann ganz schnell drauf springen. Und dann verschwindet die Plattform nämlich. Ja. Ach du Scheiße. Solidarität bin ich grad schon runter gesprungen. Sehr gut. Okay. Und am besten ist da die F50, also wenn du in der Third Person bist. Das geht irgendwie am besten. Danke für den Tipp. Ja, kein Problem. Ja, ein netter Typ, ey. Hab ich von MC Expert, der hat das gemacht. Oh Gott. Bist auch ein Experte. Genau. Purple. Man geht wahrscheinlich immer schneller, oder? Purple Rain. Ja, genau. Am Anfang ist es noch easy und dann wird es echt. Bei den Grünen weiß ich immer nicht, welches guckt. Das wusste ich. Ich hab einfach dafür echt ein dämliches Texturenpaket. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin tot. Ach komm, Kinnas. Was ist denn da los? Und dann weiß. Boah, war das weg. Uh. Wobei ich auch ein bisschen aufpassen muss, weil ich nämlich verhäuft in den Kommentaren gelesen hab, Bergmann flüchtet sich immer nur in Ausreden. Von daher ist es in Ordnung. Lebt noch einer von euch? Ach, ne. Ne, ne. Ich bin gerade raus. Ach, guck mal, Mario ist sogar da. Ja, wir hatten gestern. Hallo. Hallo. Oh ja. Oh ja. Oh ja, Mario. Schläck mal. Es gibt's doch nicht. Es gibt schon wieder ein Game, weil ich nicht mehr zocken kann. Das ist die Riepen. Oh, oh, oh. Boah, das kann ich nicht. Ich begleite euch dann alle so von oben schwebend. Sehr gut. Du kannst ja ein bisschen kommentieren. Unpaluten und Bergmann ganz nah aneinander. Debitor ist höchstwahrscheinlich schon tot. Zweite Marge. Wo bist du denn? Unpaluten schlägt sich noch immer wagger. Ganz vorne jetzt. Auf die Eisplatte. Auf die Eisplatte. Und es springt. Nein. Ich hab noch nie die Eisplatte gesehen. Ich würd sie so gern mal sehen. Oh, jetzt schon wieder dieses Spiel. Sag mal, gibt's weniger Spiele? Kann das sein? Naja, aber das Einzige, was wir noch nicht hatten, war glaube ich dieses Horse Race. Okay. Das ist das Einzige. Ja, Horse Race. Oh, bei dem Spiel muss ich voll konzentrieren immer. Boah, krass. Oh. Aber wir nehmen auch schon voll lange auf, ne? Also vielleicht sollten wir langsam... Ja. Wir können ja ein Spiel noch abwarten, wenn das immer noch mal das gleiche ist. Oh, oh, oh. Ja, die haben ja auch das mit dem Boden. Bei mir liegt das auch. Stimmt. Ich muss dann mal Erster werden. Nur Erster einmal. Gut, Jungs. Also, diesmal Doppelstunde hier. Aha. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh. Lauf. Oh, nein. Ach, komm. Perfekt, ey. Das wird nicht mal ansatzweise gelb. Dann sind wir mal runter. Hier, so vom Gunne. Ah, ich bewege mich. Puh, 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 puh. Nein. Nein, oh. So knapp. Nein. Zweiter, wieder Giga-Dream. Oder Giga. Giga. Dieser Schlammensch. Ich bin sechster. Oh, das ist auch... Das ist... Das ist fantastisch. Oh, was muss man da machen? Da kommt gleich ein riesiger... Ist eine Überraschung. Ist eine Überraschung. Ja, wie so eine Krake. Das ist total abgefahren. Du musst einfach diesem ganzen Zeugs hier ausweichen. Ah, geil. Ja, das ist echt extrem... Eigenartig. Ah, mich hat's weg zerrissen. Ah, ich hab das noch. Von oben sieht's auch cool aus. Das wird der Showdown zwischen Paluten und mir. Ich sag's dir. Oh. Oh! Oh! Oh nein! Nein! Ich war viel zu weit weg, ey. Ich war viel zu weit weg. Oh, diesmal schafft das Giga-Dream nicht. Das sieht auch verdammt Hammer aus. Ja. Auf was für Ideen die Leute teilweise kommen, ne? Das erinnert mich immer hier an. Habt ihr Link's Awakening gespielt auf dem Gameboy? Ja. Den selben Teil. Am Ende. Der hat auch dann Ganon da verschiedene Formen. Oder zumindest dieser Endgegner in dem Ei. Der macht sich auch immer irgendwann zu so einem ähnlichen Konstrukt hier. Spoiler! Spoiler-Alert! Genau. Oh! Na, ist er weg! Ist ja schon ein paar Tage alt, wenn ihr da geht hat. Ja, hallo. Aber, aber, Evergreen. Aber sowas. Okay, bevor wir das jetzt nochmal machen, würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Und, äh, ansonsten sag ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bergmann! Tschüss! Ciao! Ciao! Ciao!